what the fuck wo sollen wir über hin okay schauen wir mal schienen eben 63 irgendein komischen dritten floor liefer sollen wir vom kursfall geben was um das sind wir haben doch diese quest ich dachte wir haben da ist der ja und ja administration will ja ist klar was er geschafft okay ja auch wenn es gerade mega lang war trotzdem wir wurden ein bisschen von wind zwei schöne bilder da ist doch stelle ich dachte sie verschwindet jetzt auf einmal wieder aber anscheinend nicht okay ich möchte jetzt noch mal ganz kurz checken wo genau soll ich noch mal hin mit viele also mit das china und genau land of the walking death okay mit asada das machen wir als erstes weil also da hatten wir in der letzten aufnahmesession verschoben weil es halt am ende zu viel war und weil ich ja in der haupt story weiterkommen wollte okay sie ist im egel shop ja wo komme ich jetzt als schnellstes natürlich zum egel shop nach mit erstmal mal später oder wie konnte ich möchte achten ich möchte schon jetzt vorziehen also schienen kommt jetzt als erstes ausrichtet hier rein und es wird eine zwischen sequenz mal wieder getriggert okay ja das mit aßen haben wie sagte manchmal später aber jetzt bist du erst mal dran ich habe ja gesagt wir wollen schon alles schaffen in diesem spiel heißt wie die zeitpreis und die zeitpreise mit silica scheint auch jetzt komplett vorbei zu sein heißt silica quest ist abgeschlossen gibt es nicht wie in holo realisation ab und zu meiner tropie dafür gibt es nicht scheinbar ich habe auch nichts in sachen trophies gesehen ich habe mich die treue ist mal abgecheckt die erste teleport geht eben da 86 ok 86 gott da muss man suchen wo es ist schaum nein das war falsch ich möchte die tat ja okay es gibt nur eins dritte hier irgendwo in der 86 eben eine frage ist natürlich nur wohne ein leiter wo du walk in der frau ok hier sind wir also zu der dritten jahre gegen die gegner brauchen wir nicht zu kämpfen das ist sowieso lappen wir haben gegen uns überhaupt keine chance klar wie sagt mit asna machen wir dann wie sagt später aber langsam geht es auch mit der story haupt crest weiter wir erfahren bisschen mehr über staria dass sie doch ein bisschen mehr zu mieten hat klingt jetzt auch ein bisschen falsch aber sollte sein egal hier ist die asana quest ja mollettt kakiがぼんやり光ってる ok 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 Ich weiß, dasselbe. Ich weiß, dasselbe. Dann geht's aber auch. Aber das war der Kommandagentour. Ich bin nicht die Verkaufnahme, ich bin die Welt. Was ist das, was ich? Das ist das, was ich? Ich bin einigeriger Punkt. Aber ich bin einiger Moment. Das ist die Welt. Ich bin einiger Punkt. Aber wenn wir das ganz-fasschalte mit einem Schwer, dann war es das Schwer-Besopol. Aber das ist doch auch ein Problem. Also, wenn ich die nouveaux-fasschalte, das Schwer-Bes war. Ich weiß nicht, ich habe auch immer einen Schwer-Besitzen gefeiert. Aber das Beste für mich, habe ich das Gefühl, dass das Schwer-Besitzen von dir zu werden. Also, kann man mich nicht mehr aufhören. Ich habe einen neuen Weg mit einem Einstieg. Ich hätte es nicht mehr so, was ich nicht mehr so. Dann geht's wel los. Ich bin der Schuss. Ich bin der Schuss. Ich bin der Schuss. Ich bin der Schuss, du bist. Ich bin der Schuss. Ich bin der Schuss, wenn ich es jetzt in der Schuss. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so gut ist. Ich bin gut. Ich bin ein bisschen weit entfernt, aber wenn ich es so weit entfernt bin, dann kann ich es so weit entfernt. Kirito? Das war's für heute. 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 Also horror-fragmente ist definitiv auch bekannt unter den Namen kirito's haare. Der was ist? systemic psychotto muss doch nicht darlegen. Was ist heute today? Ich will heute sagen, warum das war's für heute? dies bett ok asna hat aber als erstes mal vorrang als erstes mal natürlich da bei ecke und zweitens natürlich die haupt story da weitermachen dann muss man natürlich noch lief dies wird das ja auch noch im zettel also wir haben genug zu tun es ist strahler 別にそういうわけじゃなくてただ単に今あの人のことが話題になってたから ja Ich glaube, das ist so. Ich denke, Storia ist ein ganz wichtiger Mensch, als ich das erste Mal. Ich denke, es ist ein sehr interessanter Mensch. Wenn ich alle mit dem Essen mache, war es sehr interessant. Ich denke, es ist ein wenig wichtiger Mensch. Ich denke, es ist ein wenig zu sein. Ich denke, es ist ein wenig zu sagen. Es ist ein Problem. ... ... ... ... ... ... Ich habe es so schön gemacht und ich kann es noch einen Keitel holen. Size Kirito-Kirito verdammt. Hallo, ich kann es nicht noch nehmen. Was alles wieder schäuert? Wenn man immer auf mich, so ein paar Stimmen erinnert, und ich weiß, es gibt aber noch einen Elbe. Hallo, was ich? Ich weiß auch, dass es die Leidenschaft, so mit dem Kirito anrufen. Ich habe noch einen schönen Tag mit Kirito erfahren. Ich habe wirklich gebrochen auf Kirito-San. Das ist auch so, dass ich mich bei Kirito-San zu sehen habe. Ich habe auch noch die Leute zu reden. Ich bin schon hier so großartig. Das ist so, Papa ist so schön. So muss ich das gleich sein. Aber... Ich glaube, es ist einer, was ich? Ich weiß nicht, dass ich mich nicht überleufe von Kirito. Aber es gibt Leute, ja. Ja, ich bin auch alle, das sind. Ich bin derjenige, die ich nicht mehr an. Es gibt viele Frauen, aber... Ich glaube, es ist sicher... Ich glaube, wirklich. Das war schon interessant hätte ich jetzt nicht erwartet aber okay das war es okay haben wir noch ein paar informationen von stereo also zu stereo halten ich dachte erst mal wäre hier so entweder wollte entweder war das das mit egge shop oder sie wollte zusammen mit uns in den egge shop schauen wir doch noch mal nach wenn nicht dann machen wir natürlich die story weiter nie okay dann habe ich das hat sich abgeschlossen wir schauen mal wo wir mit ihr hin müssen ich denke mal da wo wir das letzte mal waren aber was okay sei es so komisch aus gerade bei dem typen bei diesem komischen random npc als würde im arm fehlen zwar irgendwie ganz strange aus kann ich euch nicht beschreiben weil ich meine ein bisschen ja so hollaria zeigt mir noch mal anspielen wo muss ich denn mit erst mal hinten beziehungsweise habe ich das jetzt mit dem egge shop abgeschlossen und es geht eigentlich okay liefer dies bett da erst mal 83 ebene service jonen during day kens media to the war maria us us ok 83 vielleicht immer das sind noch mit liefer und lisbeth schauen wir mal da ist doch positiv schnell ging mit dem älgisch nein 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 nicht in die wegen 3 und 8 ist der ebene dort war hier hübsch auch stimmt was das place max mir ist ja es geht die code okay das war es das heißt ich okay moment soll ich jetzt tatsächlich zum egel shop gehen und das war ich jetzt tatsächlich nur hier wegen dem netz oder was das will ich nach checken holo area das will ich jetzt nach checken es ist tatsächlich so dass ihr zum egel shop ja es gehe gut dann mach mal erst rg das gerade eben habe ich jetzt nicht übersetzt weil das kleine pügelchen also er hat halt nur gesagt hey dass sie doch diese aussicht so aus wie das haus dass wir auf ebene 22 jahren sei jetzt genau so aus und ich glaube dann hat er noch etwas gesagt mit dass er halt lg fragen soll wie das aussieht und wir haben das noch mal zweite ihr werdet ihr gleich sehen was er fragen wollte so oh kito koreak gmino reiki leki war so hinna yo qürebler motakakte Ich bin immer noch ein bisschen schwierig. Ich bin auch schon bei mir. Ich habe mich nicht so viel über die Zeit, oder? Ich bin froh, dass ich mich nicht so viel über die Reise habe. Ich bin froh, dass ich nicht so viel über die Reise habe, oder? Ich bin froh, dass ich heute nicht so viel über die Reise habe. Okay, dann müssen wir wieder nehmen. Ich bin bei der Zeit noch einen Fall an. Das ist ein Mann. Ich bin nicht so ein Mann. Aber das ist ein Mann. Ich bin sicher, dass ich nicht etwas gesehen habe. Ich bin mir da, was ich habe. Ich bin mir wirklich überrascht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020